so eine sache muss ich noch loswerden und zwar könnt ihr noch schöne bonus gutscheine abstauben und zwar geht er dazu hier im store auf den items reiter und da gibt es bonus giftcode und da haut ihr mal pubg 7th rein also pubg 7th redeem und was haben wir jetzt bekommen wir schauen mal ganz kurz oh mein gott wir haben 100 coupons bekommen 100 coupons also aufgemerkt ja pubg 7th eingeben dann kriegt ihr 100 coupons danke fürs zuschauen wenn es euch weitergebracht hat lasst mir like und subscribe da dann verpasst du sowas in zukunft nicht mehr kurzes video diesmal aber ich denke das ist ganz sinnvoll wollte ich euch gezeigt haben macht's gut ciao bis zum nächsten